Liebe Friedensfreunde, liebe Kriegsschwurbler, ich empfehle wärmstens den neuen Film vom Browser Ballett. Es geht um einen Atomschlag auf Deutschland, also genau das, was die blutdürstigen Matschbirnen der Ampel aktuell provozieren. Ich kann da keine Satire erkennen. Schauen Sie sich den Film jetzt in der ZDF-Mediathek an. Schon bald werden Sie keinen Strom mehr dafür haben.